Action! Wir sind wieder live hier im Schweinestall, ausgestrahlt im L1. Ich wünsche euch erstmal ein frohes neues Jahr. Wir haben uns ja lange nicht mehr gesehen, seit der Silvester-Sendung und der spektakulären Weihnachtssendung. Nochmal vielen Dank an Herrn Zoschke, an Sven Donder, aber auch unserem Bürgermeister, Herrn Stecher. Ganz spektakulärer Gast. Aber wir fangen auch jetzt spektakulär gleich an. Ein paar Genesungswünsche, ein paar Dauergäste sind heute erkrankt. Lisa und Boy, gute Besserung. Knüppel muss wieder ein Zelt abbauen. Und wir fangen ja an, das ist ja Hohenbertied. Und deshalb begrüße ich erstmal unseren dritten Förder von der Süderecke, unseren Herrn Guido Thomsen auf die Bühne. Ja Guido, erstmal die spektakuläre Frage, was willst du trinken? Ja, ich hätte gerne Dittmarscher, ne? Ja, zum Thema Dittmarscher, ich wusste, dass das wieder kommt. Unser Bürgermeister hat ja was versprochen, dir auch vielleicht. Ja, deswegen wollte ich das abholen. Er hat ja zu mir gesagt, hier kommt eine Kiste her, das wollte er sich drum kommen. Ja, er kennt den Geschäftsführer, habe ich auch gehört. Ja, ja. Also es ist hier leider noch nichts eingetrudelt. Also wir müssen mit einem anderen norddeutschen Bier erstmal Vorlieb nehmen. Ich könnte hier auch was aus Dittmarschen. Ja, wir werden schon erstmal versorgt. Dann lass uns erstmal einmal, was ist das? Schweinerei, Sauerei? Nee, das ist der Seehundmilch von der letzten Saison. Ach, von Arne Petersen, die berühmte Seehundsmilch. Ja, dankeschön. Ich lege hier schon rum. An Ilona. Und du mal das Bier noch dazu? Nein, du brauchst kein Bier holen. Unsere Gäste holen sich das Bier jetzt selber hier raus. Ach, da soll ich jetzt mal so an den Kühlschrank. Du gehst an den Becks Kühlschrank und guckst schön in die Chem rein. Auch in der Süderecke kann man mal einen Becks trinken. Dass die Österecke kann, könnt ihr doch schon langs, oder? Wo sie den ganzen Abend das Etikett verdecken, war? Oh, hauer, hauer. Das ist ja die Schuld von Herrn Stecher. Guck mal, ich hab ja am Autoschlüssel immer einen Flaschen da dran. Einmal aufmachen. So. Dankeschön. Schönen Gruß nach Mahn. Hoffentlich sehen die das nicht. Schönen Gruß nach Mahn, ja. Dann lass uns erstmal hier mit prosten. Das ist ein Friedrichs-Koch-Getränk. Frisch gewolkene Seehundsmilch. Prost. Prost. Das gibt schon wieder den ersten Strich in der Liste hier. Das ist ganz schlimm. Du, normalerweise ist das bei uns so gang und gäbe, wenn wir sowas trinken und schnappen, dann wird bei uns immer ein Lied gesungen. Bei der Seehundermann. Was singt ihr denn da immer? Das gibt verschiedene Lieder. Und je nachdem, was wir für ein Level haben, das steigt dann im Laufe des Abends. Das sind schmutzige Lieder nachher auch, ne? Nein, nein. So was machen wir nicht. Ne. Wir haben ja nur Gemeinschaft und Frohsinn. Mit schmutzigen Sachen machen wir nicht. Schmutzige Sachen nicht. Ja, was machen die Ecken ja eigentlich so? Ihr feiert ja jetzt schon den 175. Geburtstag, habe ich gehört. Ihr seid die älteste Ecke neben der Norder- und Österecke. Richtig, genau. Ja, und ihr habt ja so einiges da am Start. Erzähl doch mal, wie das da so funktioniert. Oder ein bisschen mal die Geschichte für die Leute, die das nicht kennen, mit dem Hohen Bier hier in Heide. Ja, also es ist im Grunde so, dass wir im Grunde die Ecken bestehend, oder die Südecke besteht seit 175 Jahren. Und die Südecke feiert jetzt auch dieses Jahr ihr großes Jubiläum, 175 Jahre. Und das Ganze haben wir schon begonnen im Grunde im November letzten Jahres. Da haben wir am Ende der Süderstraße unser großes Denkmal aufgestellt, den Hohenbärmann. Und da muss ich auch nochmal einen großen Dank aussprechen an die Stadt Heide, die uns diese Möglichkeit mit dem Platz zur Verfügung gestellt hat. Aber das ist ja auch sehr teuer dann. Wer zahlt das? Zahlt ihr sowas aus der Vereinskasse? Ja, da braucht man also eine Menge Sponsoren und eine Menge Spenden. Und die sind, muss ich sagen, wirklich zahlreich zusammengekommen. Da muss ich auch nochmal ein großes Lob aufsprechen an die Heider Geschäftsleute und auch Privatleute. Also ohne diese Sponsoren und Spenden wäre das überhaupt gar nicht möglich gewesen. Was für ein Zeitraum läuft sowas denn? Hat man das nach einem Jahr schon zusammen? Oder wann hattet ihr die Idee mit diesem Denkmal? Ja, das ging also im Grunde los vor circa drei Jahren. Da haben wir uns also Gedanken gemacht, was wir denn für das Jubiläum machen wollen. Und es ist im Grunde so, dass die Österecke und die Norderecke, die haben ja schon ihr Symbol. Und die Süderecke hat sich gedacht, also Hühner gibt es schon genug in Heide. Da müssen wir mal was ganz anderes machen. Und so sind wir drauf gekommen, dass wir gesagt haben, wir wollen ein Symbol machen für Gesamthohenbär. Das war uns wichtig. Ja. Da letztendlich alle Ecken repräsentiert werden. Und deswegen haben wir dann uns Gedanken gemacht. Das kam letztendlich über unseren Oellersmann, Jürgen Hansen, der heute Abend auch hier Gast ist. Ein kleiner Applaus für den Oellersmann. Der Oellersmann muss immer ran, ne? Der Oellersmann muss immer ran. Den Oellersmann gibt es auch nur bei der Süderecke. Unseren Jürgen Hansen, der hatte also die Idee und der hat sich dann mit dem Künstler zusammengesetzt, mit dem Siegfried Assmann. Der hat unter anderem hier den Schubacher schon gemacht am Schubacherort und letztendlich auch den Stadtbrunnen vorne bei dm, bei der Drogerie. Und so ist das Ganze zustande gekommen und so haben wir dann den Hohenbärmann so nach und nach. Haben sich denn die anderen Ecken mit dran beteiligt oder ist das komplett eure Geschichte gewesen? Also das ist komplett aus unserer Feder, das ist unsere Geschichte, unsere Idee gewesen auch. Das ist natürlich letztendlich nachher abgestimmt worden mit den anderen Ecken zusammen. Wir pflegen auch mit den anderen Ecken ein sehr gutes Verhältnis. Jede Ecke hat ihre eigene Mentalität, nichtsdestotrotz, aber wenn es um das Fest geht, um letztendlich das Fest auf die Beine zu stellen, arbeiten wir sehr gut. Da halten wir die alle zusammen. Da halten wir zusammen. Wie Pech und Schwefel. Wie Pech und Schwefel. Ja Mensch, das ist doch mal eine schöne Geschichte. Mensch, ich komme von lauter Frage rein. Ja, dann trinken wir Prost hier. Mensch, wir trinken ja viel zu wenig. Prost. Das geht gar nicht. Ja, es gibt da so einen Spruch, wenn im Februar die Lärchen singen, wird es uns Frost und Hohenbär bringen. Es ist ja immer sehr frostig zu der Zeit und ihr müsst ja auch bozeln, wie die anderen Ecken auch. Die Kredler gibt es ja auch in jeder Ecke bei euch auch. Genau, richtig. Einen Oberkredler und gibt es auch einen Unterkredler? Ne, einen Oberkredler haben wir nicht. Bei uns ist das ein bisschen anders. Wir haben den ersten und den zweiten Kredler und das sogar zweimal. Kling, kling. Oh, Ilona ist wieder da. Kleiner Applaus für Ilona von L1, gute Fee. Ja, dankeschön. Ilona, willst du nochmal zwei Gläser mitnehmen? Haus eigene Küche L1. Das sieht ja so versoffen bei uns aus, Guido. Das ist ja schlimm. Ja, normalerweise müssen wir jetzt auch mal einen singen, oder? Ja, lass einen singen. Ja, müssen wir doch einen singen. Dann muss die Südereggie aber auch richtig unterstützen. Ja, dann muss die Südereggie mal einmal anstürmen. Wir sind ja dafür für musikalische Ecke. Wollen wir, ich stimme mal ein, ein Hapfischung, ne? Wollen wir das mal singen? Jawohl. Ja, dann machen wir los. Ein Hapfischung, zwei Kipfischung, drei Kipfischung noch, drei Kipfischung noch verdrägen. Und wenn der Pferde auch noch schmeckt, dann wacht er vor auf der Hut geleckt. Hermann Lönz, es brennt die Heide. Hermann Lönz, die Heide brennt. Hermann Lönz, es brennt die Heide. Hermann Lönz, die Heide brennt. Löschen. Ah, wunderbar. Danke. Einen Applaus. Ja, vielen Dank an die Südereggie, wenn man euch braucht, ihr seid immer da, super. Mensch, das klappt ja heute Abend. Ich wusste gar nicht, dass die Männer alle so zusammen so gut harmonieren beim Singen. Ja, immer. Nicht nur beim Singen, aber das ist ein anderes Thema. Ach so, ihr seid immer gut eingeölt, ne? Ja, ja. Also wenn das jetzt der Bürgermeister gesehen hat, dann kriegt er wie wir in den Augen. Und ich schätze mal, der stiftet euch bestimmt auch eine Kasten Dittmarsch am Apfel. Ja, das wäre ja mal ein Ding, ne? Fürs Vereinsheim. Das nächste Mal bei deiner Sendung, wo es umgeht, Marcia, hier. Ja, ja. Wo habt ihr denn euer Vereinsheim? Unser Vereinsheim ist in der Meldhofer Straße, im TV-Sportheim, bei Wolfgang Nordmann, am Sportplatz. Ja, und was ist, wenn da einer mal Bock hat, sich da mal zu melden und sagt, Mensch, habt ihr eine Jugendgruppe oder wie läuft sowas ab wie im Verein? Ihr habt doch bestimmt auch Nachwuchssorgen. Was muss man da tun? Ich finde das super, dass du das ansprichst, André. Das ist auch ein Grund mit, warum ich heute Abend hier bin. Das war mir ein Anliegen. Weil wir haben bei den Ecken, und ich denke, das gibt es allen Ecken gleich, haben wir Nachwuchssorgen. Ich will nicht sagen Nachwuchsprobleme, aber Nachwuchssorgen. Ich denke, die nächsten Jahre brauchen wir auf jeden Fall junge Leute, junge Männer, die bereit sind, den Gemeinschaft zu singen, das Eckenthema weiter zu pflegen in Heide, auch Interesse haben an der plattdeutschen Sprache. Wir schnacken ja nun die ganze Zeit Hochdeutsch. Aber du hast mir gesagt, André, du kannst auch ein bisschen platt schnacken. Tag und Tag und Tee, das ist eine Fangfrage. Wenn ihr das wisst, schreibt uns an, was das heißt. Und von daher wäre es also natürlich schön, wenn junge Leute sich dann angesprochen fühlen und sagen, Mensch, ich gucke mir das Ganze mal an. Und wir haben das in der Regel so, wir sind während der Hannebierzeit, das geht ja jetzt im Januar los und zieht sich dann bis in den Februar rein, haben wir ja auch ein bisschen mit Arbeit zu tun. Wir müssen ja die Stadt Schmuck machen jedes Jahr. Und das machen wir nicht nur mit den Fähnchengelanden, Blau-Weiß-Rot, sondern eben auch mit den Tannengelanden. Ihr habt verschiedene Gruppen, die gehen dann rum und der eine ist hierfür zuständig, der andere dafür. Das sind Schmückerkolonnen. Und das soll ja auch immer heiß abgehen bei den Schmückerkolonnen. Das ist doch was für die jungen Lüt. Also die Einkehr und so weiter, kriegt man da nochmal was serviert, auch wenn man da dann nochmal irgendwie bei den Kaufleuten mal reinschaut. Das ist eigentlich eine tolle Sache, muss man ganz ehrlich sagen. Wenn man dann unterwegs ist und in den Schmückerkolonnen oder auch die Umzüge dann am Haupttag, am 20.02., da kommen wir bestimmt gleich noch zu. Das ist eine tolle Sache, wenn man bei den Menschen einkehren kann zu Hause und einfach sieht, wie das bei denen zu Hause ist. Da ist immer Platz, kommt rein, setzt euch hin. Teilweise sind ihr Heiter Musikfreunde mit dabei und dann geht das bei dir im Wohnzimmer richtig ab, musst dir vorstellen. Blas, Kapelle, alles dabei. Da ist ja dann jeder was dabei. Aber ist das auch was für Leute, die frisch verheiratet sind oder kommt danach die Scheidung, wenn die einmal bei euch mitgefeiert haben? Also ich muss ganz ehrlich, ich würde meine Frau nicht gleich im ersten Jahr damit belästigen, aber im zweiten Jahr kann das schon klappen. Ja, ihr habt ja auch diesen berühmten Festball im Tivoli. Ich habe jetzt heute noch gesehen, um 17 Uhr stand ja noch drin, ist die Kaffeetafel. Das hat sich aber auch geändert. Das hat sich geändert, ja. Wir haben das jetzt insofern geändert, weil wir eben dieses große Jubiläum haben dieses Jahr. Und wir werden definitiv einen größeren Umzug haben auch, einen größeren Festumzug am 20. Wir werden mehr Kutschen dabei sein, wir werden mehr Musikkapellen dabei haben. 20. 2. Leute. 2. Ganz wichtig. Merken, wichtige Termine anstreichen im Kalender. Einen tollen Festball auch abends. Kling, Kling. Das ist ja der Hammer. Der ist halt gesunken. Das ist ja der Hammer. Einen Applaus für Ilona. Die andere Gäste kriegen ihn auch gleich. Auf den Geburtstag der Süderecke kriegt jeder Gast gleich nochmal einen, der überreicht. Sag mal Ilona, hast du dich auf die Süderecke eingestellt? Das ist ja ein Tempo hier. Das kriegen wir überhaupt bei Norden mal nicht mehr hin. Ihr müsst ja vorlegen, wenn die Öster-Ecke kommt, die habe ich gehört, die sollen sehr trinkfest sein. Ich weiß ja nicht, wie das Wort hier ist. Das kriegen wir hin. Ja, ne? Ja. Ja, dann erst mal Prost. Wollen wir noch einen singen? Oder später? Nee, wenn du ein Trinklied hast, bitte. Ja, dann brauchen wir das musikalische. Ja, wenn alle was im Glas haben. Ja, das muss sein. Dann trinken wir unseren weg erstmal. Und kommt Ilona danach mal rein. Ja, Ilona kommt zu uns immer. Immer, wenn wir sie brauchen. Prost. Nee, löscht die Heide, war das, ne? Ja. Wie kommt man auf solche Lieder? Sind das selbstkomponierte Sachen? Oder gibt es die schon seit alter Tradition, schon 100 Jahre? Das, ja, 100 Jahre nicht. Das ist schon eine Tradition. Also wir haben auch aus früheren Zeiten teilweise wirklich verrückte Leute dabei im Vorstand. Gewesene und das sind ja heutzutage dann, die nennt man dann die Ehrenbose. Die werden dann irgendwann mit 70, gehen die dann aktiv aus dem Vorstand raus. Ja. Und werden dann Ehrenbose und die haben uns praktisch den Weg gezeigt, wie man dieses Fest zu feiern hat. Und da sind witzige Lieder dann entstanden. Bose vom Bosse im Grunde genommen. Nicht von Bose von der Anlage, vom Singen, sondern, ne? Ja, weil er der Boss ist. Ja, genau. Ja. Und die haben uns also den Weg gezeigt und die haben diese Lieder teilweise dann auch. Das sind einfach aus dem Stehgreif Lieder, die so entwickelt. Wie viele Gäste habt ihr denn so bei so einem Festball? Was erwartet ihr da? Ist da mit Disco oder ist da nur Blasmusik? Ist da für jedermann was dabei? Also wir haben praktisch im großen Saal, das wird ja im Tivoli gefeiert bei Peter Bartsch und im großen Festsaal und wir haben also im großen Saal haben wir dann die Hohner Dorfmusikanten. Das ist also auch schon Tradition jedes Jahr und die machen Live-Musik und dann haben wir im kleinen Saal haben wir dann auch Musik. Das wird dieses Jahr so sein, dass wir den kleinen Saal sowohl für die Raucher zur Verfügung stellen, das ist immer so, da wird dann geraucht und wir haben dann da auch ein bisschen Musik. Also wir rechnen dieses Jahr mit, ich denke mal, 500, 600 Leuten, da kriegen wir den Saal. Das darf auch geraucht werden. Ja, 500, 600 ist ja schon Hausnummer, ne? Ja, das muss man auch. Was kostet das Eintritt? Das haben wir ja nun geändert. Also bis jetzt war das ja immer 25 Euro, die Karte, sowohl für die Dame als auch für den Herrn. Da war ja dann enthalten die Kaffeetafel und Nachmittag findet dann ja nach dem schönen Festumzug auch eine Kaffeetafel statt. Ja, da darf jeder mitmachen. Jeder mitmachen ist es grundsätzlich, nicht mit Frauen. Ja. Also die Frauen dürfen bei der Kaffeetafel nicht dabei sein. Das ist auch mal eine schöne Veranstaltung ohne die Frauen, ne? Ja, die müssen auch nicht überall dabei sein. Nein, Mensch, das ist gerade schon, wenn wir mal Fernsehverbot und Stubenarrest zu Hause haben. Ja. Ich finde das mal gut, das ist... Oder meine Frau zu Hause mit den Füßen auf dem Tisch, das ist meine Sache, aber... Ja, ja, ich sage mal, Hauptsache Mann ist gesund und Frau hat Arbeit. Nein, das war jetzt ja nichts, wir haben nachher auch noch, sonst kriegen wir wieder Ärger. Also das hat sich insofern geändert, wir haben also dieses Jahr auch, das ist ein Beschluss aller drei Ecken, das ist ja mal so, dass alles teurer geworden ist. Und auch die Kaffeetafel, da gibt es ja immer schön Brot und Kaffee, das ist mit dabei. Und wir haben also dieses Jahr erstmalig das erhöht, wir nehmen 30 Euro für die Karte. 30. Und 30 Euro, darin ist also dann praktisch die Damenkarte, die Herrenkarte, da ist die Kaffeetafel mit dabei, da ist also ein Brot mit dabei. Und Kaffee zu Kaffeetafel und abends dann der Eintritt für den Ball. Da kommen also die Damen dann schön im Abendkleid. Wunderbar, tolle Garderobe, Halterlose, das stelle ich mir ganz romantisch vor. Habt ihr denn da jetzt was zu trinken, dass wir nochmal einen singen können? Kling, kling, damit ihr anstellen, wo ihr hoch die Tassen wagen könnt. Dilo, du kommst hier nicht trocken raus. Die anderen bekommen nächste Lunde, ne? Ja, dann singt doch nochmal ein Liedchen, weil wir müssen nachher noch in die Werbung, dass wir das nochmal hier durchkriegen. So, dann wollen wir nochmal singen. Ja, wenn das so ist, dann Prost. Ja, wenn das so ist, dann Prost. De vollen Glößen, von der Umbenhüt, doch um Blut und Süd, recht fröh die Wehen. Ja, wenn das so ist, dann Prost. Ja, wenn das so ist, dann Prost. Prost, 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 Prost. Ja, da muss ich dir eine kleine Anekdote erzählen, André, mit dem Lied. Das ist ja immer so, die Süde-Ecke, wir singen das ja richtig. Wir singen ja also immer, wenn das so ist und dann Prost, dann wollen wir praktisch auch fröhlich dabei sein. Die Süde-Ecke singt ja immer lustig. Ich weiß nicht, warum die das machen. Fröhlich hört sich besser an. Ja, aber lustig passt nicht. Lustig sind wir immer, aber fröhlich ist schon... Es hat sich so entwickelt. Schön. Muss ich sagen, du hast ja noch mal ganz kurz, bevor wir die Werbung abgehen, das passt ja auch ganz gut. Was hast du denn hier mitgebracht? Ja, wir haben dieses Jahr erstmalig einen Kalender herausgebracht, auch zum Jubiläum, 175. über Süde-Ecken, Hohenbär. Ein Kalender mit schönen Bildern dabei. Ist praktisch gestiftet worden von der Druckerei Lorenzen, Große Westerstraße. Dittmar, der macht uns auch immer schön die Karten. Nochmal vielen, vielen Dank. Und diesen Kalender kriegt man an allen bekannten Vorverkaufsstellen in Heide, Michele, in der Süderstraße und so weiter für 5 Euro. Wir würden uns freuen, wenn ihr fleißig den Kalender kauft. Den könntest du eigentlich auch stiften für unsere Tombolama, ne? Ja, da habe ich eigentlich heute Abend was anderes vor. Was hast du denn noch vor? Dann rück raus damit. Ja, ich muss alles hier haben. Gewinne, 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 gewinne. Nächste Part geht wieder rückwärts. Ja, ich wollte heute Abend zur Verfügung stellen für die Tambola die Karten, Pärchenkarten, eine Damenkarte, eine Herrenkarte für unseren großen Ball am 20.02. Inklusive Kaffeetafel und das würde ich einfach jetzt für die Tambola mal zur Verfügung stellen. Also mit den Geschichten kommen dann das Pärchen rein? Genau, sowohl der Herr rein als auch die Dame. Und wenn das zwei Herren sind oder zwei Dame schlecht, ne? Ja, dann kriegen wir ein Problem. Gut. Aber das können wir ja vorher telefonisch regeln. Ja. Herrenkarte gerne nachmittags ab 16.30 Uhr im Tüblü zur Kaffeetafel. Und dann kann er sich gerne dazusetzen und einen Kaffee und sich ein Brot abholen. Und das ist das Stichwort Brot und Kaffee. Ab in die Werbung. Wir sehen uns gleich wieder. Kleinen Applaus. Applaus Du lebst in Dittmarschen. Du kennst dich super in Dittmarschen aus. Du kannst an drei Orten gleichzeitig sein. Du kannst gleichzeitig vor und hinter der Kamera arbeiten. Du hast tierisch Bock Fernsehen zu machen. Wenn nur eins davon auf dich zutrifft, dann bewirb dich bei uns. Dittmarschen TV. Typisch Dittmarschen. Ja, und hier sind wir wieder im L1 mit Live aus dem Schweinestall. Ganz spektakulär. War eine tolle Werbung mal wieder. Lohnt sich immer wieder reinzuschauen. Und ich höre gerade, da kommt ein neuer Gast angefahren. Er steigt gerade aus. Und ich begrüße jetzt unseren Vollblutmusiker Jürgen Pedersen auf der Bühne. Schön. Jürgen, schön, dass du dir das einrichten konntest. Erstmal, bevor wir loslegen, spektakuläre Frage. Was möchtest du trinken? Kein Bier. Kein Bier. Also eine Cola mit Eis? Trich eine Cola, ja. Eine Cola mit Eis in Lünchen. Ah, es ist in Arbeit. Ja, bevor wir anfangen, mit einem großen Produzenten, Komponisten, Musiker. Er macht ja eigentlich nur Instrumentalmusik, aber er möchte heute, er kann auch singen und möchte was auf seiner Gitarre mal präsentieren zum Einstand. Wir haben ja eigentlich hier einen Rodi gehabt für eine Gitarre, die Isi. Aber die Isi ist nicht da. Wer braucht denn jetzt die Gitarre? Ach doch, da ist sie. Isi, du bist so klein. Kleiner Applaus für Isi. Ja, normalerweise mache ich ja Instrumentalmusik, aber es ist so, dass ich auch ein Soloprogramm habe. Kling, kling, Gedenke sind da. Ach, du hast schon wieder Gedenke. Du musst das schon wieder verteilen, bevor wir wieder ein Lied singen müssen. Aber ich arbeite erst. Lula, kannst du nicht mal in E-Mail auf der Straße kommen oder am Sportplatz, da musst du noch mal ausschauen. Okay, müssen wir singen. Ich habe eben auch jetzt so ein Singer-Songwriter-Programm und da sind die Stücke normalerweise etwas ernsthafter. Aber ich habe auch zwei lustige Stücke und da wollte ich einfach... Das wird ja gut passen zur Hohenbär. Genau. Die können ja auch so lustig singen, die Jungs. Vorausgesetzt, dass es keiner, der Heiko heißt. Ist hier jemand, der Heiko heißt? Es ist kein Heiko hier. Dann haben wir Glück gehabt. Ja, okay. Also das Lied handelt von Heiko wahrscheinlich. Ja, dann legt los, setzt dich hin, macht dir das gemütlich. Also es ist so, dass es schon schön, gerade eben wurde ja auch mitgesungen, wenn hier auch ein bisschen mitgesungen. Ich gebe dir mal so ein Zeichen, wenn man gesungen werden könnte. Es ist also ein Dittmarscher Reggae und der heißt Heiko hat Recht über einen Menschen, der Heiko hat Recht. Lasst euch überraschen. Jo, können wir anfangen. Jetzt kann man auch klatschen. Jetzt kann man auch klatschen. Und jetzt kommt der Refrain. Heiko, 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 Heiko. Heiko, 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 ein Recht. Das kannst du nicht reden, wie du willst. Heiko, 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 ein Recht. Das ist ein Recht. Das ist ein Recht. Das ist ein Recht. Ja, das ist ein Recht. Im Kopf hat er ne Lehre, so macht er was er wirklich macht. Politiker-Karriere, Ministerwirt er bald darauf, er hat es weit gebracht. Verbreitet Angst in Schrecken pur, lässt spüren seine Macht befahren. Heiko, 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 Heiko! Heiko, Heiko, Erdrich, was kannst du reden, wie du willst? Heiko, Heiko, Erdrich! Er nimmt gern, was er kriegen kann, das findet an Verbreitung. Und so kommt, was da kommen muss, das Leben nimmt um Leid durch. Heiko ist im Ruhestand, mit dicker Pension. Andere schifften lebenslang, was kümmert ihn das Schwul? Als Heiko dann, als Heiko dann gestorben ist, klopft er ins Himmelstor. Petrus, check die Liste durch, hier kommst du noch nicht vor. Heiko ruft, das kann nicht sein, ich mach beim Chef jetzt Krach. Nach 50 Jahren Diskussion, gab Gott dann schließlich nach. Und Heiko, 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 Heiko! Heiko, Heiko, Erdrich, was kannst du reden, wie du willst? Heiko, Heiko, Erdrich, Heiko, Erdrich, Heiko, Erdrich. Ein Heiko, 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 Erdrich, Heiko. als Guido Westerberg. Jürgen, wunderbar. Lass uns erst mal Prost, denn die H-Milch wird sonst schlecht. Prost. Bei der Südgeirger heißt das immer Trinken, Geid für Schnacken. Prost. Ja, Jürgen, Vollblutmusiker. Leidenschaftlicher Gitarrenspieler. Du spielst ja noch andere Instrumente. Ach so, wenn man im Studio ist, macht man ja eigentlich alles. Hauptsache Gitarre ist mein Instrument, aber da spielt man eben Keyboard und Bass. Also alles was mit Sightnet und Keyboards, Elektronik und exotische Instrumente, Citar und sowas alles. Wie bist du denn zur Musik gekommen? Wie alt warst du? Ich hab meine erste Gitarre. Wann kriegt man seine erste Gitarre? Ich hab sie vom Konfirmationsgeld, hab ich mir meine erste Gitarre gekauft. Und in Heide hier. Ich bin in Heide hier zur Schule gegangen. Ich weiß nicht, ob das sind ja auch ältere Leute. Da war in Heide am Markt, war an der Westseite, war ein Instrumentengeschäft, ein Musikgeschäft. Und da... Hast du Bock? Bock? Ja genau, Bock. Genau. Kennst du? Da hab ich mein erstes schreckliches Instrument, aber das ist bei allen so fürchterliche Seitenlage, wenn wir da nicht wegkommen. Aber trotzdem, so lernt man es dann. Und was hast du damals bezahlt? Weißt du das noch? 140 Mark. Und? Das war aber ja ein Bank von Geld, nicht? Ja. Ja, ja, ja. Du hast auch ein eigenes Tonstudio in Schalkholz, du produzierst ja auch CDs, also ganz tolle CDs, ich hab da mal auch reingehört, auch viel Chill. Ich hab ein paar dabei. Was der Wahnsinn ist das. Wir verlosen auch. Du hast, er hat ja wirklich ganz viel gemacht. Ja, auch die Kimbria, das ist auch ganz bekannt. Ja. Es ist Wahnsinn. Also es sind unterschiedliche Sachen. Ich hab Solo CDs gemacht, aber ich hab eben auch Projekte gemacht hier. Simria ist ein Beispiel, was ich mit Stefan Borg gemacht hab. Da ist unter anderem der Produzent und seine Frau sind daran auch beteiligt an dieser Sendung. Und tolles Ding. Sonst die letzten beiden Sachen hab ich mit der Gruppe Z gemacht. Das ist also ein ganz frisches Ding, das ist im Herbst, also im September oder so was rausgekommen, die CD. Das ist dann eine Gruppe, das ist so, was wahrscheinlich nicht unbedingt jedermanns Sache. So eine Mischung von Rockmusik, Elektronik und psychedelische Sachen und so was. Überwiegend instrumental, aber es sind auch alles, alles was ich mache, sind letztlich Projekte. Musikprojekte. Bestimmte thematische Sachen. Also Simria war klar, aber hier auch Real Life Never Stops hat durchaus, das wirkliche Leben hört nie auf. Das ist übrigens nebenbei, nur mal als Tipp, das ist ein ganz witziger, ich weiß nicht, ob du es mal gesehen hast, dass das ein Foto, das hab ich in Kuala Lumpur gemacht, in Malaysia, das ist tatsächlich eine Bahn, die fährt über eine Hochbahn, da stand tatsächlich drauf, das ist von einer Lebensversicherung oder sowas. Real Life Never Stops, also das wirkliche Leben hört nie auf. Und das als Motto fand ich dann also ganz passend dafür. Ja, da wären wir auch beim Thema, du bist ja auch, du reist ja, du hast zwei Leidenschaften, das ist die Musik und das ist das Reisen. Das ist richtig. Und du bist auch schon weit rumgekommen und du machst die Cover ja auch selber, du fotografierst ja selbst die ganzen Geschichten. Ja, es ist so, dass die frühen Cover wurden meist von dem Maler Jens Rusch gemacht, mit dem ich befreundet bin. Und in letzter Zeit habe ich dann durchaus eigene Sachen gemacht. Also auch die, heute macht man als Musiker ja alles selbst. Ich hab also die Musik produziert, geschrieben und alles. Und eben auch die Grafik, also auch so ein Logo dann wie Z. oder was vielleicht für jemand interessant ist hier, das ist die vorletzte Solo-Album, Coconut Time, da habe ich die Musik in der von wegen Reisen, da habe ich in der Südsee auf Fiji geschrieben. Und man sieht auf dem Bild, ich weiß nicht, ob du das erkennen kannst hier, da sieht man Palmen, die habe ich in Fiji fotografiert, aber da hatte ich nicht so einen Sonnenuntergang, da stand ich natürlich auch nicht so in der Sonne. Da sind wir bei einem schönen Tag nach Büsum gegangen, haben dort noch bevor jetzt, dieses alles neu gebaut, oder an dem Strand, ein Foto mit Sonnenuntergang gemacht. Und das wurde dann von einem Grafiker zusammen gemixt. Das heißt, es ist die Büsumer Sonne und die Fidschi ist davor. Und ja. So als Beispiel, da kann man das natürlich sehr viel machen. Wer möchte, nimmt sich. Ja komm, wir nehmen noch eine Seehundsmilch, die kommt aus Friedrichskog, passt ja auch zum Büsumer Sonnenuntergang. Da haben wir nur einen, sonst nehme ich ja drei. Dann machen wir nochmal Prost, die Heide brennt. Prost, die Heide brennt. Ja. Hast du gemerkt, Anna? Ja, das ist ja mal Heide und Brand, das war ja auch mal so ein Thema. Wie nennt sich das noch? Seehundsmilch. Also er gibt den Seehunden, der Arne Petersen und Friedrichskog, immer Fersiche zu fressen, in der Seehundaufzugsstation, macht er nachts, und dann melkt er sie heimlich. Und das ist das Endprodukt. Das ist ein Hammer. Sag mal, wer ist das denn da drauf? Das bin ich. Das bist du. Und das ist auch die Gitarre, die ich jetzt hier gespielt habe. Die ist da... Die ist ja weit gereist dann schon, deine Gitarre? Ne, die ist... Nach Büsum, ja. Ach so, du warst dann auch beim Büsumer Sonn oder gar nicht? Ja, genau. Wobei die Gitarre war nicht bei den Fitchis. Nein, ich hab immer so ne... Wenn ich unterwegs bin, hab ich ne Reisegitarre mit, so dass ich auch... Wobei, wenn man viel reist, ist es nicht so gut. Ich fahr jetzt in einer Woche auf ne größere Tour und da bin ich noch am überlegen, ob ich ne Gitarre mitnehme oder nicht. Und man da vier macht. Ja... Meditationsmusik muss ich ja auch noch mal kurz ansprechen, weil da sind ja Stücke dabei, das kannst du durchaus zum Meditieren nehmen, du kannst ein Plätschern, Buddha im Hintergrund hören, die Gurkenmaske auflegen lassen. Also das sind wunderbare Stücke, da müsst ihr mal reinhören. Du hattest eben ja noch erzählt in der Werbepause, was zu diesem Kalender von der Süderecke... Ja, das finde ich, finde ich also sehr schön, dass ihr das gesehen habt, weil die Hähne, die dort hier auf dem... auf der... auf der Struktur sind, die hat mein Schwiegervater gemacht. Die Hähne hat sein Schwiegervater gemacht. Ja, seht ihr mal. Der Hohnmunker. Kleinen Applaus für deinen Schwiegervater. Ja. Dann sollte ich vielleicht ergänzen, was zu erzählen. das ist die Ehrenpforte und da müssen... die bauen wir auch immer auf und da müssen alle Ecken durch. Süderecke, Neudecke, Österecke. Steht beim Pastorat und das ist wirklich ein imposantes Symbol. Ja, finde ich sehr schön. Ja, bevor wir mal nachher in die Werbung gehen, also du hast uns ja auch nochmal ein Lied passend mitgebracht, ein plattdeutsches Lied. Ja, super. Ein plattdeutsches Lied extra wegen der Süderecke heute. Das passt ja heute Abend. Genau. Und? Ja, das ist das einzige plattdeutsche, was ich gemacht habe. Kann ich vielleicht kurz was dazu erzählen? Ja, erzähl mal die Geschichte dazu. Ich hatte vor einer langen Zeit mit einer Rockband dieses Stück gemacht. Ich geh jetzt. Mit einer Rockband das gemacht und dann war ich befreundet oder bin befreundet mit Stefan Borg von damals Godewind und da habe ich dann dieses auf plattdeutsch für Godewind umgedichtet. Und kam dann auch in die Berücksichtigung, aber das ist nicht ganz stubenrein und Godewind wollte das etwas stubenrein haben, nicht? Also deshalb... Und du bringst uns die ungeschnittene Version, singst du, die frei ab 18 Version. Ja, so schlimm ist es nur. Ach so. Aber das heißt, Dive me late. Müssen wir es übersetzen? Sollen wir übersetzen? Dive me late? Tut mir leid, heißt das für alle Zugezogenen. Und es gibt ja so Leute, die jeden Scheiß machen und dann glauben, wenn sie sich entschuldigen, ist das erledigt. Ja, ja. Über solche Leute ist das. Ja, dann schnapp dir doch noch mal die Klampe. Okay. Easy ist schon wieder irgendwie abhanden gekommen, die sehe ich hier gar nicht. Ist ja auch so klein. Ich sehe nur immer die Zeichen von Produzenten. Der ist ganz aufgeregt, ne? Ja, der ist ganz aufgeregt. Ich weiß auch warum. Prost. Prost. Das ist auch wieder was zum Mitmachen. Gut, Dive me late. Ich sag dann schon, wenn's kommt, nicht? Ich will just mal los mit den Automobil. Ein Wegen geflitzt, doch hätte das geflitzt. Kostet sicherlich weh. Und auch mit dem Geld. Weil der das umhängt. Den Kapps weggeleert. Den Geld weggeleert. Das ist leider weg. Dive me late. Die Pläde! Die Pläde! Die Pläde! Dead me late. Die Pläde! Der ist doch Ш симian. eine Brönschaft mit Geld. Dive tekee. Der Schönen ist schon, doch wer das in den Rollen Ich werde es klauen, die Häbse verhauen, das wird nicht so toll Da habe ich mir leid, da habe ich mir leid Die Lohne, das steht mir überlegen Da habe ich mir leid, wie kein Kind so lang, da ist kein Gang Da habe ich mir leid, wie kein Kind so lang Da habe ich mir leid, oder wie kein Kind daran Das war einimo langer Der Schönen ist schon, genau Und da habe ich mir leid, da habe ich mir leid Dein Relay, dein Relay, wird es noch gut, da-da-da-da-da, dein Relay. Jetzt kommt diese Strophe. Und, 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 mit den Frut, so bin ich genährt. Sie wäre schon nett, das endet im Bett, mit Teu ist dann passiert. Oh, dein Relay. Dein Relay, dein Relay, dein Relay, dein Relay. Du bist doch mit Frut, da ist dein Kälte, dein Relay. La 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 la, hu-wa, dein Relay. Jetzt alle. La 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 la, hu-wa, dein Relay. Kleiner Applaus. Zum Glück war es keine Maxi, sonst kriegen wir Ärger von unseren Produzenten. Weil wir haben ja noch unsere Trombola. Und der Eimer ist rumgegangen, wir müssen uns sputen. Ich schätze mal, wir verlosen auch mal auch eine CD, die Zimbria. Es geht hier um ein paar Preise. Ich würde mal sagen, zieh du doch schon mal einen Zettel raus. Soll die Augen zu machen? Ja, Leute, kommt hierher ins L1 und ihr kriegt einen Preis. Wen hast du denn? Lies mal vor. Oh, hauer. Franzi, würde ich sagen. Franzi steht hier drauf. Franz oder Franzi? Franz oder Franzi? Franzi. Das ist ja nur meine Frau. Wir müssen die Karten ja drin lassen, das geht ja nicht. Dann müssen wir noch meinen Namen ziehen. Die hat ja nichts zu tun mit der Sünderecke, oder? Die ist keine Frau. Wir haben ja als Preis einen Film von Michael Pate, unbezwingbar. Hat der Herr Zoschke gesponsort. Ja, wo ist die denn? Die darf herkommen und sich den Preis mal erfunden. Ja, herzlichen Glückwunsch. Hättest du auch fast die Karten gehabt. Schade, ne? Ja, aber ihr könnt euch den zu Hause mal reinziehen. Der ist sehr gut, der Film. Machst du bitte, wenn ich nicht zu Hause bin. Ist in Ordnung. Siehste. Dankeschön. Ja. So, Minion, ich zieh's auch nochmal. Hier ist nichts getökt. Oder hast du das Zettel wieder reingeschmissen? Nein, nein, nein. Nichts. Oh, da steht Volker und Heinke. Volker und Heinke? Volker und Heinke, bitte. Bravo. Der erste Führer von der Südecke. Ich bin ja so glücklich, der erste Führer von der Südecke. Volker und Heinke, ihr kriegt die Zimbria. Oh, vielen Dank dafür. Super. Das ist schön. So, und wir geben wieder ab in die Werbung, wollte ich schon sagen. Aber wir haben Feierabend. Und ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal hier wieder reinschaut und zuschaltet, nochmal in eigener Sache. Im L1 haben wir die sogenannte Glitzerparty am 30. Januar. Ganz tolle Geschichte. Da erzähle ich euch aber mehr in der nächsten Sendung dazu. Wir geben ab und nochmal einen kleinen Applaus. Vielen Dank. Vielen Dank.